Ich bin traurig und wütend. Ich bin traurig und wütend, weil ich vor zwei Jahren schon hier war, auf der Redewettbewerbbühne mit dem gleichen Thema, Flüchtlinge. Ich bin traurig und wütend, weil sich in diesen zwei Jahren einfach nichts verbessert hat und das Thema immer noch aktuell genug ist, um darüber zu sprechen. Ich werde heute aber nicht darüber sprechen, ob wir überhaupt noch mehr Flüchtlinge aufnehmen können, ob wir nicht schon überfüllt sind, ob die Politik nicht schon zu weit gegangen ist, ob das alles irgendwie noch zu stemmen ist. Denn ehrlich gesagt, keine Ahnung. Ich kenne mich in den Gebieten Wirtschaft und Politik eher nur begrenzt aus. Ich spreche heute über Menschen, nicht über Probleme. Menschen können keine Probleme sein. Ich spreche über Moral, nicht über Geld. Bei Moral stellt sich nicht die Frage, was uns das kostet. Aber vorab noch meine Meinung zu den schwarzen Schafen unter den Flüchtlingen. Hierzu ein kleines Beispiel. Wenn ein Lungauer jemanden umbringt, dann wird er eingesperrt und nur er eingesperrt. Wenn ein Pinzgauer jemanden vergewaltigt, dann wird er eingesperrt und nur er eingesperrt. Trotzdem haben die Pongauer nicht Angst vor den Lungauern oder Pinzgauern, noch gehen sie ihnen irgendwie aus dem Weg, obwohl sie praktisch gesehen von ihnen umzingelt sind. Überträgt man diese Tatsachen auf die momentane Flüchtlingskrise, weiß man, wie mit Flüchtlingen umgegangen werden soll, beziehungsweise mit schwarzen Schafen. Bestrafung in einem legalen, normalen Gerichtsverfahren. Nicht mehr, nicht weniger. Aber nun zu den Menschen. Alex. Alex ist geflüchtet und war in seinem Heimatland Polizist. Er hat zwei Töchter, die er zurücklassen musste. Von seiner Frau ist er getrennt. Wenn man Alex begegnet, dauert es keine zwei Sekunden, bis er einem die Frage stellt, was gibt neu? Und jedes Mal lautet meine Antwort darauf, naja, Schule halt, mit einem leichten Schulterzucken. Ich habe dieses Gespräch mit Alex schon mindestens 20 Mal geführt. Und obwohl überhaupt keine Veränderung eintritt, bleibt es bei jedem neuen Male doch genauso interessant für ihn wie beim allerersten Mal. Aber Alex ist nicht nur ein Meister, was Konversationen betrifft. Er ist auch noch ein unglaublich talentierter Maler. Ihm wurde ein Raum zur Verfügung gestellt, in dem er sich austoben kann und seine Kreativität keinen Halt findet. Und wenn man ihm sagt, wie großartig seine neueste Zeichnung ist, antwortet er mit einem Ah, als wäre es keine Leistung. Flüchtlinge sind nicht nutzlos, ungebildet und überflüssig für unsere Gesellschaft. Sie sind eine Bereicherung. Und haben in gewissen Gebieten noch viel mehr drauf, als die meisten Europäer. Das Problem, die Chance sich zu beweisen, wird kaum einem geboten. Mohammed. An einem Nachmittag im September arbeitete ich bei einem Kulturfestival mit. Dort traf ich auf Mohammed, ein Flüchtling aus Somalia. Er war freiwillig hier. Er war an diesem Tag in der Küche und bereitete eine Spezialität aus seinem Heimatland zu. Voller Begeisterung und mit ständigem Grinsen erklärte er mir mindestens dreimal, wie genau man Tomaten schneidet. Wollte er wissen, wie man in Somalia Tomaten schneidet. Gleich wie in Österreich. Trotzdem hörte ich ihn zu und ließ ihn aufmerksam erklären, weil es ihm so viel Freude bereitete. Dann, als die Besucher gegessen hatten, war es für uns an der Zeit, das Geschirr abzuwaschen. Noch nie habe ich in meinem Leben einen Menschen gesehen, der so froh darüber war, abzuwaschen. Er war schneller, fröhlicher und gründlicher als jeder andere im Raum. Er war vor mir hier und blieb auch länger als ich. Flüchtlinge verspüren einen Tatendrang, genau wie jeder andere es tut. Sie wären für unser Land genauso produktiv und nützlich wie jeder Österreicher, wenn man ihnen die Chance gäbe, sich zu beteiligen und zu arbeiten. Nicht nur freiwillig. Anton. Diesem Ukrainer bin ich schon dreimal begegnet und jedes Mal hat er mich in irgendeiner Weise überrascht. Das erste Mal war er bei uns im Russischunterricht. Er erklärte uns Jugendslängen in Russland und erweiterte unseren Wortschatz. Das zweite Mal sah ich ihn, als er als Flüchtling ein Theater besuchte, bei dem größtenteils im Dialekt gesprochen wurde. Man sah ihm an, dass er nicht wirklich verstand, was darin geschah. Trotzdem hatte er seine Freude daran. Das dritte Mal war er bei uns im Turnunterricht. Er war nämlich, bevor er flüchten musste, Sportlehrer und trainierte mit uns Basketball. Er erklärte uns Wurftechniken und dank ihm mussten wir an diesem Tag keinen Kraftzirkel machen. Flüchtlinge bringen sich in die Gesellschaft ein und sind in Bereicherung und können uns noch viel beibringen. Die Chance, diesen Menschen eine Stimme zu geben und uns wirklich zu belehren, ist leider kaum gegeben. Chandra, ein kleiner Mann aus Nepal, geht mir circa bis zur Schulter. Auch er arbeitete bei einem Theater hinter der Bar. Wenn man zu ihm hinging, um ihn zu begrüßen, nahm er immer beide Hände, um die Hand des Gegenübers zu umfassen und nickte demütig mit seinem Kopf. Beim Deutschlernen fragte er mindestens zehnmal nach dem gleichen Wort und versuchte langsam nachzusprechen. Er tat sich offensichtlich schwer. Nach dem Theater wurden Nudeln ausgegeben und er fragte bei jedem mindestens zehnmal nach, ob man sicher keinen Parmesan haben möchte. Und wenn man zu ihm hinging, um ihm Schokolade zu geben, breitete er sein breites Lächeln aus mit einer großen Zahnlücke, bei dem er seine Zunge gegen die Schneidezähne drückte und war den Rest des Abends überdankbar. Flüchtlinge sind höfliche Menschen. Ja, schwarze Schafe gibt es, aber das ist nicht die Schuld derer, die sich nicht so verhalten. Die Chance, sich zu beweisen, dass sie zuvorkommend, umgänglich und höflich sind, wird den meisten leider nicht geboten. Ist Ihnen etwas aufgefallen? Alle positiven Eigenschaften der Flüchtlinge, alle Versuche, sich zu integrieren, scheitern an einer Sache. Die Chance. Die Chance, die ihnen nicht gegeben wird. Wir nehmen ihnen die Chance, wenn wir die FPÖ wählen. Wir nehmen ihnen die Chance, wenn wir Flüchtlingsheime abbrennen. Wir nehmen ihnen die Chance, wenn wir einfach nur daneben stehen. Meine Rede sollte keine Verherrlichung der momentanen Flüchtlingspolitik sein. Das ist sie definitiv nicht. Meine Rede ist eine Verherrlichung der Menschlichkeit. Ein Merkmal, das sich nicht auf Rassen, Religionen, Farben und Länder begrenzt. Gerade deshalb schäme ich mich, weil wir in der Gemeinschaft dieses Merkmal zurzeit schlechter verkörpern als jeder Flüchtling in diesem Land. Alex, Mohamed, Anton, Chandra, Georg, Kathi, Christian, Herr Schick, Menschlichkeit.